Ja, hallo zu einer neuen Runde TF2 Team Fortress 2, jetzt schon mittlerweile der dritte Anlauf heute, wunderhübsch mal wieder, das liebe ich doch so an Free2Play Shootern, aber wenn dann der nächste Spiel halbwegs überzeugend ist, so wie es dieses hier ist, und da ich das ja auch noch nicht so lange spiele, dass es da auch immer was Neues gibt, wie jetzt zum Beispiel gleich diese Map, ist das ja vertretbar, und ich muss jetzt auch nicht irgendeine Map oder sowas downloaden, sowas dämliches, sondern ich muss sich einfach noch kurz gedulden, damit er die Serverinformation abruft, und ich hoffe jetzt einfach mal, das Spiel hängt sich nicht wieder auf, aber es sieht ganz so aus, ich hau mal kurz den Cut, nee, doch nicht. Jetzt, aber los, komm, mach hin, die eine Information werden gesendet, dann hat man es eigentlich schon so gut wie geschafft, und jetzt bin ich mal gespannt, komm. Hier die Pi, die habe ich jetzt eingestellt, ne, fortfahren, fortfahren, alles cool, wenn wir springen, will ich nicht hören, nein, will ich nicht, meine blauen, Boah, hey, 14 Frames, mein Computer ist schon wieder auf dem Spacken, so, Soldier nehmen, und ab ins Gedimmel, die Frage ist noch rum, ich hoffe, ah ja, alter, was war denn das, mir hat das Fenster zugeschlagen, Okay, ja, dann nehme ich mir doch den Heavy einfach, das war jetzt nicht so der Hammer, vor allem, wie sie Spacken, wenn ich schreiben, so rum, ich mach doch gar nichts, also schon, aber, geht es hier runter hey das ist mal geil komm schon Junge fett schwimmt oben ohr wo ich hatte ich kann unter uns und schießen von dem Weg ist kein Junge okay nichts haben wir ein paar erledigt Ingenieer nehmann Supporter davon gibt es keinen ach der Moment Thief Bohnen als Medic Lücken weiter was ist mit den Frames los für mich verarschen vor dem ich ab Arsch bin er wollte oh mein Gott ich brauche hier was zu schießen meine ich nicht den brauche ich nicht immer den unseren lieben Pyro ey aber wieso ey wieso ich hier solche Frame Einbrüche habe verstehe ich jetzt nicht we have taken the enemy intelligence oh ey man wieso habe ich denn nicht geschossen oh wieso hat der geschossen 10 Sekunden 10 Sekunden we have secure the enemy intelligence alter was ist das für ein Noob Spy ey wieso lässt er den da reingehen ich bin wohl kaum mit meinem Feuerwerfer unter Wasser deswegen sind wir jetzt hier oben geht's hier raus da Pachinubi 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 wer will nämlich hier mit Pisse abfeuern ja ist schon gut alter wieso leckt das denn so per Wias verstehe ich nicht fühlt er sich cool wenn er ins Wasser gehen kann oder was noch einmal drauf schießen reloaden für den Ernstfall Sniperlein ging allein in die weite Welt hinein Feuer kam macht ihn platt darauf sing ich auch egal ach komm es ist pervers wir hatten drei Kills jetzt wird dir grad bewusst ich würd vom Zug überfahren so was ist so ein Bullshit ey jo Spy ich schau nochmal kurz nach ich bin ich bin kurz aber auch nun so fort darauf wieder zu respawnen denn so jetzt ist das doch besser ich kratze mich jetzt ich bin ich bin ich bin ich bin flammen m danke auch ich kann es bei einfach nicht ich die sie ist ja ein die wir uns ein paar Euro er habe jedes mit dem Wasser für dich immer noch ziemlich ich glaube es war auf alle Finns bei aber ich glaub ja eher das boi scheiße ich kann sie gar nichts ausrichten mit der Kacke so ein Rotz bei wo war denn diese Mini-Teil boi da ist sie kurz zurückbleiben 3 wie der einen Weg wächst was macht denn der na das Spiel um eine neue Klasse auszuwählen nächstes Mal schneiden wir ha 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 und das war unser Kill nicht ein Assist so komm wir snipen jetzt wieder in unser Shotgun hier ok das sag ich jetzt einfach mal nichts das snipen wir mit dem Sniper oh geht's nicht lang das finde ich wahrscheinlich nicht mehr darauf zu nehmen ins kein Fenster ok da oben ist einer scheiße nein ich schieße gegen die Fensterrahmen ok oh Junge ey ist der da hm bis dahin mit unser Dingens kriegst du jetzt hier hoch hm der mich immer ausschpacken ging do hier doch 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 uns okay das ist Und wieso leckt es denn super, wer ist? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er! Komm, noch einmal. Ja! Oh, ich dachte schon, er wäre vorbei. Was macht denn er hier, unser Sniper? So, mein Arsch. Noch ein kleiner Schuss und ich bin im Ärmel. Da. Hahaha, geil, wieder mischt, wiedergemixt. Und ich weiß, kein Preis, ich habe nur vollgespielt. Find ich geil, wahr. Ich bin hier gleich zum Medic. Und wieder ab, aufs Dach. Gehlob-Budu. 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 Einfach warten, bis zum Hohleb. Aua. Aua. Alter, wagt sie noch einmal in der Nähe. Du derblicherspon. Boah. Achtung, 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 Achtung. Da ist doch gerade direkt einer vor mir eingegangen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Boi. Jetzt halt... Da! Da war er! Geh da nicht rein, geh da nicht rein, geh da nicht rein, du Pum! Das ist doch so ein Depp. Das ist doch so ein Depp. Komm, ewig kannst du auch nicht... Nichtsperr. Boah, wenn der mich jetzt wieder wegwächst, ich sag's euch, der rast ich aus. Das ist doch echt ein depp. Junga. Kom. Nein! Oh, fast den Pyro weggehe. Ich nehmt... Scheiße! Mann hält das so. Okay. Dann nehmen wir doch auch mal Pyro. Ja. Boi! Oh, da. Wir haben uns gerecht. Okay, warte hier oben. Scheiße mit dem. Aber wieso zieht es mir dein Leben ab? Ach, das war nur Überheilung. Shit! Ich bin nicht irgendwie noch. Kann ich mit dem? Doch, kann ich. Boah, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Hahaha. Wieso zieht es mir dein Leben ab? Kann ich mit dem? Doch, kann ich. Boah. Hä, warte Gott, einer. Hahaha. Da weiner, da weiner, da weiner. Ach so, der ist schon tot. Oh, das ist erstmal, dass wir hier sind. Sieht ziemlich geil aus. Alter, was wir an Errungenschaften machen. Scheiße, die Wandern. Und dann noch Medi-Pack einstacken. Ist das geil, oder was? Alter, ich spür schon Pyro. Das ist einfach die beste Klasse. Boah, komm noch einmal her. Den mach' mal noch, den mach' mal noch. Komm. Oh shit. Wir haben gar nichts mit... Oh. Wo geht denn der hin? So ein Scheiß. Boah, ja, aber 6 Kills Oh, da kommt der! Oh, ich dachte schon, da kommen die Zug, kann sich auf Komm Boah, wie das zuckt Da kann ich nichts machen, ey Wenn der lauter Frame einbringt Komm, Bazucai Komm, Bazucai Wieso leckt es so? Also, das ist echt extrem Ich konnte doch jetzt auch locker mit 35 aufnehmen Das habe ich jetzt so hin Oh, ich habe mich fast selber gekillt Da kommt jetzt aber Jetzt kommt er der Zug wieder Boah Die Scheiße ist so fies Komm, nochmal Ich habe Überladung, ich habe Überladung Ich habe Überladung, ich habe Überladung Boah, was hat der für Fäuste? Jaaaa Was habe ich für die Geale, was für ein K Oh, Instant Kill So geil Noch einmal rein? Ne, nichts ist Huch Huch Okay Naja Jetzt habe ich gar nicht gedacht, wie viele Kills Gibt es eigentlich 21 Punkte Geil Ping 49 Passt Äh, falsch Irgendwie ist meine Maus ein bisschen komisch Hier ist wieder der dämliche Wasserteleport Boy, was ist denn jetzt? Eine Maus spackt und mein Spiel spackt und mein ganze Computer spackt Bucke He Ist der eine Sack da hinten hin? Ich will vorher halt einfach mal da hin Prozent die Stimme mit ihm was sein Milo bei was ist es so ist das war's auch noch er hat Prozent kommen immer hier und sein durchs Tor Stolz der letzte für heute übrigens ich bin schon mal an das kann auf die Zeit und geschaut die Folge ist gleich aus vor Ort scheiß Ort als ich jetzt auch schei ist ey. War aber geil. Boah, ich find die Shotgun hier superiös. Ach, der gehört wieder zu mir. Der brennt halt meine Güte. Ich seh halt irgendwas vorhin so'n Arsch. Hab der wieder ey. Wie aufkommt er jetzt? Okay, gegen den Pyrom wie B. Oh, okay. Ja, Jungen, dann war's das auch wieder. Hat mir wieder Spaß gemacht, auch wenn ich nur ganz kurz gespielt habe, jetzt mit aufnehmen. Werd so'n bisschen so zocken. Ja, damit ich auf alle Verlierst es zu schauen. Schall doch sich wieder ein. Und ciao. Ja. So, jetzt. Vielen Dank.